Frohe Weihnachten! Es ist das heilige Fest der Christen. Weihnachten, Christi Geburt und alle Engel sind anwesend. Es sollte euch allen bewusst sein, dass das Himmelstor zu dieser Zeit geöffnet ist. Wir können den Kontakt zu den Engeln direkt bekommen. Vertiefe dich, verbinde dich und rufe deinen persönlichen Schutzengel. Denn er wartet nur darauf, mit dir den Kontakt aufzunehmen. Er ist für dich da. Er ist immer für dich da. Und immer an deiner Seite. Doch gerade in dieser heiligen Zeit hört er dir besonders zu und geht auf deine Wünsche ein. Du wirst seine Kraft und Energie spüren. Und das kann sein, dass es dich sehr bewegt. Denke daran, dass auch Maria vom höchsten Engel die Botschaft empfing. Ja, so ist es wirklich. Denn die Engel sind Boden von Gott geschickt, um uns Botschaften zu übermitteln. Ich wünsche euch ein gesegnetes, besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest. In Liebe, eure Deria